Wir sind das erste vegetarische Restaurant der Welt. Unsere Vision ist, dass man gesundes Essen demokratisieren, damit auch Leute mit etwas weniger Geld zu gesundem und gutem Essen kommen. Ein Menü muss in erster Linie genussvoll sein, damit es bei uns auf die Karte kommt. Es reicht nicht, wenn es nur gesund ist. Die Inspiration für neue Rezepte holen wir in erster Linie aus dem Team. Es sind über 50 Nationen, die hier arbeiten. Da gehen wir zum Beispiel auf die Mitarbeiterin aus Malaysia zu und fragen sie, was ist eigentlich dein Mann? Wir kochen. Wir schauen das an und interpretieren das auf unsere Art. Gründe für vegetarische Ernährung sind der Umweltschutz, sicher auch der Tierschutz. Und drittens weiss man auch, dass vegetarische Ernährung sehr gesund ist. Und ich glaube deshalb kommen die Leute gerne zu uns. Ich bin der Rolf Hiltl, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Hiltl AG im vierten Generation. Und ich bin Gastronom mit Leidenschaft. Das will ich noch mal anschließen.